Okay, dann alles Gute noch. Und ich liebe dich. Danke. Dir auch. Ich liebe dich auch. Lass uns das alles einfach... ...vergessen. Hi. Hi. Willst du einkaufen? Na klar, weil ich einkaufen. Wieso fragst du mich sowas? Ja, genau. Du? Du weißt genau, was ich mache. Ich gehe noch einmal spazieren. Machen die wieder Stress im Büro? Nein, ich vermisse dich einfach. Ja, genau. Ist gerade ein bisschen stressig. Wie läuft's mit dem Malen? Ich male meinen Kursen nur mehr durch. Ich kann dich einfach nicht vergessen. Ganz gut, danke. Ich habe jetzt bald eine Prüfung. Schön.